Hallo Leute, da ist der Stefan von Outdoor Kimga. Heute nur ganz kurz, ich möchte zwei Dinge machen. Zum einen möchte ich Danke sagen für über 5000 Abos und zum zweiten will ich mich in meinen wohlverdienten Urlaub verabschieden. Also zum ersten Mal vielen, vielen Dank, ich habe das Ganze übersehen, dass ich jetzt über 5000 Abos habe. Ich glaube mittlerweile sogar schon 5250. Es ist unglaublich, was hier abgeht. Ich habe mal so nachgeschaut, in den letzten vier Wochen hatte ich über 150.000 Aufrufe mit 1,2 Millionen Minuten Watchtime. Das sind 20.000 Stunden, das sind 833 Tage, das sind zwei Jahre, vier Monate, die ihr meine Videos geschaut habt. Und dafür sage ich vielen, 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 vielen Dank. Es ist unglaublich, was hier abgeht. Für mich sind das extrem krasse Zahlen, weil vor, ich glaube, zwei Monaten habe ich meinen tausendsten Abonnenten gefeiert. Na ja, ich möchte mich an dieser Stelle auch für die vielen, vielen Unterstützer bedanken. Sei es per E-Mail zum Beispiel mit neuen Ideen, sei es in den Kommentaren mit neuen Ideen. Ich habe sehr viel gelernt in der letzten Zeit, muss ich echt sagen. Ist toll und viele Videos sind daraus entstanden. Natürlich möchte ich mich auch richtig bedanken bei meinen Unterstützer, die mich zum Beispiel, die die Amazon-Links nutzen oder die mich per PayPal unterstützen. Und da sage ich vielen, 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 vielen Dank. Ich habe mich narrisch gefreut. Ihre einzelne Überweisung, ob das 2 Euro sind, ob das mal 25 Euro sind, finde ich super. Ihr unterstützt wirklich damit, dass ich diesen Kanal in Zukunft professioneller betreiben kann. Und das freut mich richtig. Gut, wenn Sie hier die seht, befinde ich mich gerade auf dem Weg Richtung Mittelmeer. Auf eine Schiffstour, würde ich jetzt mal nennen, Kreuzfahrt. Ich werde also hier mit einem Kutter im Mittelmeer rumdümpeln. Okay. Na ja, ich möchte damit nur sagen, dass ich eine Kommentare jetzt nicht in gewohnter Weise beantworten kann, weil ich eben dort nicht immer das Internet habe, wie man es braucht und auch vielleicht anderes zu tun habe im Urlaub. Ist einfach mal so. Also ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich bin, glaube ich, Montag in der Woche wieder da. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Ich werde mich auf Schiff verdrücken. Dann geh doch so netto! Mach ich vorher auch noch. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Pfiat euch, euer Stefan von Autokimga. Heuer Bisseln, für die nur lange reicht. Weißt, bei mir bleibst, wenn der beste Freiss sich leicht. Weißt, der Herz hast, für den Bergwerk. Weißt, der Wahnsinn bist du nie? Ich stehe auf dir.